So, Christina, jetzt ist Zeit für ein bisschen Unterhaltung. Der Mann, der diese ganzen Technik für Entertainment steuert, das ist der Kollege Sebastian. Hey, Christina! Hallo Sebastian, also für Fun-Unterhaltung wäre ich jetzt bereit. Dann lass uns loslegen. Viel Spaß! Okay, wo sind wir hier? Sieht aus wie eine Raumkapsel. Das ist unser Aufzug, der bringt uns jetzt runter zur Time Machine. Ist nicht mehr der neueste, also halt dich fest. Okay, ich komm dich lieber mal an. Okay, was ist das? Okay, oh! Wir kommen in der Time Machine. Okay, das war cool. Okay, wow, hier sieht's fantastisch aus. Was passiert hier alles? Wir fahren jetzt mit dir in die Zukunft. In die Zukunft von New York, in die Zukunft von allen verschiedenen Ländern und schauen einfach mal, was da so los ist. Das heißt, ich bekomme hier was zu essen und sehe auch dann eine coole Show? Genau, das komplette Programm. Wir haben hier Akrobaten, wir haben Schauspieler und selbst du bist Teil der Show. Ich bin bereit. Ich starte jetzt mal die Time Machine. Wer mich kennt, weiß, ich bin ein echtes Partygirl. Und auf Ida Cosma gibt es so viel zu erleben. Also, wenn ihr die Nachtbild mit euch machen wollt, dann folgt mir einfach. Ich bin bereit. Ich freue mich wirklich mit Dynamite. Ich fühle mich wirklich mit Dynamite. Ich fühle mich wirklich mit dem Flugzeug. Ich trete mich wirklich mit dem Flugzeug. Und ich glaube, dass du dich in Ottawa auf rien machen soll. parce wir werden es erreichen. Ich kann es richtig machen. Liebe Christina, jetzt ist es dir gefallen. Ich hatte Spaß. Ich habe gelacht, ich habe getanzt. Nicola, ich komme auf alle Fälle wieder. Das freut mich sehr zu hören. Und dann brauchen wir schon wieder Stoßen. Prost! Das war mein Moment jetzt, ja? Das war mein Moment jetzt.